Hallöchen, ihr Lieben. Schaut mal. Ist er nicht niedlich? Ach, das ist so ein süßes Flauge. Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Review von Karat Art. Let the pleasure beginn. Ein wunder, wunder, wunderschönes Bild. Das Pinten war echt toll. Habt ihr ja gesehen. Ein Stückchen habe ich euch ja bei der Blume hier oben mitgenommen. Und das war echt ein Megabild. Es ist ein Megabild. Und ich finde das so, so süß. Das Mädchen habe ich euch schon mal gesagt. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Kose. Und deswegen habe ich das auch jetzt gepintet, weil sie ja nicht da ist. Und ach, ist das nicht ein schönes Bild. Und ich finde die so niedlich und so schön und so knuffig. Und diese roten Haare, ja, das ist ja so. Ich habe ja auch so rote Haare. Passt dann wieder zu mir. Und irgendwie, ich finde das so niedlich. Da habe ich mir echt ein schönes Bild ausgesucht. Und denkt dran, Melly 10. Könnt ihr 10% sparen. Das Bild gibt es noch. Und es ist echt total toll. Der Code funktioniert aber nicht bei reduzierten Bildern. Das Bild ist reduziert, glaube ich jetzt. Und ja, guckt mal rein. Ich hatte 56 Farben. Ich glaube, das ist bisher die meiste Anzahl der Farben, die ich hatte, würde ich jetzt so behaupten. Bin aber echt gut klargekommen. Und wisst ihr warum? Das habt ihr ja gesehen. Ich habe mit dem 6er halben Mondstiefchen gepintet. Ihr habt ja schon gesehen, wie ich es benutze. Hat er euch ja extra ein Video gemacht, weil ich das echt total toll finde. Und habe das auch hier angewendet. Das habt ihr gesehen in der Blume. Ich habe da auch dreimal mehrere Rottöne reingemacht. Und dann diese Grüntöne mal. Dann hatte ich die Blautöne. Und dann das Weiß mit einem ganz hellen Blau. Das zeige ich euch mal. Das finde ich nämlich echt, echt toll. Ich habe von jeder Farbe immer noch was da. Gepintet habe ich ja mit meinem, was sind das? Rosen? Nee, Gerberas. Gerberas sind ja meine Lieblingsblumen. Ich sage, es ist ein Gerberas. Pinke Gerberas mit Schieber, einer Setzer. Und habe genommen Rose für sich. Passend zum Bild. Hatte mir zwar das Washitape dazugelegt. Das war ja bei einem anderen. Nee, es war bei dem Bild, glaube ich, sogar dabei. Ja. Und habe es aber gar nicht gebraucht. Ja, genau. Müllsteinchen. Das sind noch nicht mal alles Müllsteine. Hier sind noch zwei Steine drin, die viel waren. Und die musste ich noch zuordnen. Ansonsten war es das. Also zwei weniger hier. Oh, ich habe keinen Müll. Nicht wirklich. Ich habe ja noch so viel. Das waren zwei Dosen voll. Die 154. Ihr seht, ich habe überall, auch hier noch alles genug Steinschen. Ich wollte euch die Farbe zeigen. Oh, sie sind nicht wunderschön. Das ist die 747. Das ist das schöne, ganz helle Blau. Ich habe auch von der 310 einen kompletten Becher noch. Der ist echt komplett voll. Der Medizinbecher. Es waren zwei. Eigentlich waren es vier. Es waren... Ich habe dann noch mal eine Tüte nachgeschüttet. Hatte ich ja aufgehoben. Also ihr seht, ich habe alles nochmal. Alles voll noch. Alles schicke zum wegsortieren. Also ich kann mich echt überhaupt nicht beschweren. Ich hatte überall reichlich Farben. Auch von den AB-Farben sind überall. Ist noch was da. Ich hatte glaube ich 8 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sogar. 9 AB-Farben. Richtig schön gemischt. Und das habe ich euch ja schon gesagt, dass ich das toll finde, dass die Steine eben nicht alle ausgetauscht wurden, sondern nur teilweise. Die 5200, die wurde ja nur teilweise ausgetauscht. Das ist 5200 und 5200 in AB. Genau. Also hier habe ich wieder ordentlich zum wegsortieren. Und das werde ich auch tun, wenn ich mal wieder Lust habe. Nein, eigentlich möchte ich das bald machen. weil ich gerne meinen Koffer wieder benutzen möchte. So, das kann ich dann wegtun. Da ist das Bild. Und hier ist es auch. Toll, oder? Oh, das ist schön. Ich freue mich. Die AB-Farben sind wirklich super eingesetzt. Also, wir haben hier die Punkte, das sind AB-Farben. Hier in dem Weiß vereinzelt AB-Farben. Und die Blümchen. Das erinnert mich gleich wieder an meine Valentins-Wichtel. Da habe ich ja auch in den Blumen nur teilweise die AB-Steine ausgetauscht. Und so ist das hier auch. Und ich finde es einfach nur schön. Wir haben auch hier ein paar AB-Steine drin in grün. Wir haben immer mal in den Haaren ein paar drin. Na, das finde ich auch toll. Hier in dem Blauen haben wir auch was mit drin. Das ist echt richtig schön in den Augen auch. Funkel, funkel. Und ich finde das total niedlich. Das hier wie so eine... Ja, ich weiß nicht, ob es da Schatten ist oder was. Aber irgendwie könnte man auch denken, dass das sowieso ein bisschen Sommersprossen sind. Und das finde ich total niedlich. Auch als wenn sie ein bisschen gerötet ist hier. Weil sie sich vielleicht ein bisschen so... Na ja, so ein bisschen schämt oder was. Ich finde das so süß, das Bild. Ganz ehrlich. Nein, das ist einfach ein putziges Bild. Ich freue mich echt riesig drüber. Das ist ein Künstlerbild von der Franziska Susilo. Und ich finde es einfach nur megaschön. Na, also kann es euch empfehlen. Die runden Steine waren das. Waren super oder sind super. Genauso wie damals die Eckchen bei der Kreidetafel. Also ich bin echt begeistert. Also... Und ich weiß nicht, ob ich es euch in dem Paint with Me schon gesagt habe. Aber ihr wisst ja, ich liebe Diamond Art Club. Aber Karat Art. Ich kann... Ich sage, das ist fast gleich. Oder es ist gleich. Ich kann... Die Steine sind super. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es ist ein wunderschönes Bild. Die Leinwand ist top. Die ist nicht ganz so dolle wuschelig. Und das wisst ihr ja, das mag ich eh nicht, wenn die so dolle wuschelig ist. Und das Bild ist echter Hammer. Und... Ja, ich kann einfach nur sagen, ich bin absolut begeistert. Und werde dort sicher mit Sicherheit wieder bestellen. Und... Schauen, wie es da weitergeht. Denn, äh... Ja, klar. Diamond Art Club hat tolle Bilder. Und Diamond Art dann Bilder, die andere nicht haben. Aber ihr wisst, wie enttäuscht ich war. Hing bei meinem Adventskalender. Und ihr wisst auch, wie enttäuscht ich war mit der Black Friday Bestellung. Ich habe es zwar nochmal bestellt gehabt. Das kommt alles irgendwann als Videos. Aber ich bin überzeugt. Und für mich steht fest, Karat Art ist das deutsche Diamond Art Club fast, kann man sagen. Die Steine bei Diamond Art Club sind noch ein Ticken besser, würde ich sagen. Runtergeschliffen oder keine Ahnung. Aber Karat Art kommt für mich am nächsten Rennen an Diamond Art Club. Ich liebe Karat Art. Und, ähm... Ja. Das ist meine Meinung. Ich möchte hier niemanden zu nahe treten. Oder, ähm... Keine Ahnung. Aber das ist, äh... Ja. Bombastisch war das Bild. Ich liebe es. Und ich freue mich auf weitere Bilder, die ich ja schon habe. Und, ähm... Die auch zu painting. Und, ja. Ihr Lieben. Das war's schon. Ich möchte hier niemanden angreifen mit dem Video, okay? Also ich... Binde von allen Firmen gerne Bilder, aber... Das hat mich echt sehr überzeugt, das Bild. War bei der Kreidetafel schon so. Aber das hier war nochmal... Das hat... Das war noch das Fünkchen, was noch gefedert hat. Deswegen... Schaut mal rein. Ähm... Spart 10% mit Mendizin. Alles kleingeschrieben. Alles ineinander. Es ist noch kein Affiliate-Link. Ich weiß noch nicht, wie und... Ist noch nicht so. Geht gerade nicht. Ähm... Ja. Aber... Schaut trotzdem. Ich freue mich, wenn ihr sparen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr schöne Bilder pinten könnt. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit euren Bildern. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.